30 Jahre AV&PG, 30 Jahre Geschichte, Anekdote, Lustiges, Eindrückliches, Lehrreiches und noch vieles mehr. Wir möchten dir einige an solche Storys oder Eindrücke weitergeben. Deshalb haben wir eine Serie geplant, in der wir regelmässig Videoclips veröffentlichen. Bist du interessiert? Dann abonniere unseren Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Bis bald, ich freue mich auf dich.